Der Nissan Navara 2016 wird in zwei Leistungsstufen mit 160 und 190 PS angeboten. Verfügbar ist der Navara in drei unterschiedlichen Karosserie-Varianten. Man unterscheidet zwei Fahrwerke für den eher gewerblichen, kommerziellen oder privaten Nutzen. Ich fahre die Ausführung des Navara als fünfsitzigen Doppelkabiner mit 190 PS, zuschaltbarem Allradantrieb, manuellem Sechsganggetriebe und mehr Lenkerhinterachse mit komfortablen Spiralfedern. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020